Grüß Gott und herzlich Willkommen beim GPS-Radler. In diesem Video zeige ich dir, wie du einen GPX-Track nach Komoot importierst und die Strecke an deine persönlichen Bedürfnisse anpasst. Viel Spaß dabei! Komoot kennt ja intern nur seine eigenen Highlights. Definierte Radwanderwege oder Wandertouren gibt es nicht und wenn man entlang so eines Radweges sich bewegen möchte, dann empfehle ich dir, den Radweg von der offiziellen Seite herunterzuladen. Ich zeige dir das jetzt mal an einem Beispiel von einem Tagesausflug entlang vom Bodensee-Königssee-Radweg und zwar möchte ich die Strecke vom Schliersee nach Bad Tölz fahren. Erster Schritt ist also, ich suche mir die offizielle Strecke als GPX-Datei zum Download. Um die offizielle Strecke als GPX-Datei zu finden, gehe ich hier in Google und gebe den Namen der Strecke ein. Das ist der Bodensee-Königssee-Radweg, gefolgt von GPX und suche da mal danach. Und hier habe ich auch schon eine anscheinend offizielle Seite und klicke da mal drauf. Ich sehe sofort, dass ich auf die Seite mit den GPS-Daten geleitet wurde und hier auf Download GPS-Datei. Der wird jetzt hier runtergeladen und ich kann ihn hier mal reinziehen und die ZIP-Datei öffnen Bodensee-Königssee-Radweg-GPS und ich kriege hier einmal die komplette Strecke und zum anderen habe ich hier die einzelnen Etappen. Die könnte ich mir jetzt anschauen und prüfen, ob eine einzelne Etappe auch ausreichend ist, aber ich gehe hier mal auf die komplette Datei und entpacke die mal, ziehe die per Drag & Drop in meinen Download-Ordner rüber. Damit liegt jetzt die Strecke als GPX-Datei auf deiner Festplatte und im nächsten Schritt geht es daran, diese GPX-Datei nach Komoot zu importieren und an die persönlichen Vorlieben anzupassen. Und das zeige ich dir jetzt. Innerhalb von Komoot geht es hier oben rechts auf das Plus-Symbol. GPS-Datei importieren. Und hier kann ich entweder die Datei einfach per Drag & Drop draufziehen oder ich drücke jetzt hier mal auf Datei hochladen. Es öffnet sich mein Download-Ordner und hier wähle ich den Bodensee-Königsee-Radweg aus, öffne den. Jetzt sehe ich schon mal den groben Verlauf hier vom Bodensee bis rüber an den Königsee. Ich möchte ihn als geplante Tour importieren. Gehe auf Weiter. Als nächstes definiere ich, mit welcher Sportart ich diese Tour machen möchte. Ich ändere sie auf Fahrradfahren mit Schotter. Das ist fürs Tracking-Bike sehr gut geeignet. Jetzt dauert es immer einen Moment, bis Komoot die komplette Strecke durchgerechnet hat. Was hier ein bisschen komisch ist, sind jetzt schon mal diese Start-Zielpunkte, die gerade, die da noch verbunden ist. Da schaue ich einfach mal weiter. Das ist jetzt ein Punkt, der kommt bei dir nur, wenn du im Premium-Programm dabei bist. Dann kannst du so eine lange Strecke als Mehr-Tages-Tour importieren. Ich bleibe allerdings bei einer Strecke. Und die Frage nach Originalroute folgen oder an die bekannten Wege. Hier bevorzuge ich eigentlich im Normalfall an die bekannten Wege anpassen. Und da sieht man jetzt schon, jetzt wird es umgestellt und scheint da besser zu passen, also vom Bodensee zum Königsee, ohne diese Gerade wieder zurück. Man könnte die Tour jetzt schon einfach speichern. Dann liegt sie eben den eigenen Strecken. Ich möchte sie allerdings noch ein bisschen anpassen, deshalb Details überprüfen. Und jetzt habe ich die gesamte Strecke mit 77 Wegpunkten. Ich zoome mal in den Bereich rein, den ich denn ungefähr machen möchte. Und das ist hier vom Schliersee rüber nach Bad Tölz. Das heißt, zwischen 41 und 48 ungefähr bewege ich mich. Allerdings, ich möchte ja hier von Ost nach West. Also heißt es, erster Schritt, ich muss mal die Richtung von der Strecke umkehren. Da gibt es hier links den Button Richtung ändern. Und jetzt läuft die Strecke vom Königsee zum Bodensee. Ich bewege mich jetzt erst mal nur in diesem Bereich und lösche als erstes mal die Wegpunkte raus, die nicht mehr notwendig sind. Also hier die komplette Liste aufmachen. Wegpunkt A, also den ursprünglichen Startpunkt rauslöschen. Das dauert dann immer einen Moment und man sieht, wie sich hier die ganzen Zahlen der Zwischenziele verändern. Das mache ich jetzt mal. Und während ich die Wegpunkte rauslösche, kannst du schon mal unten auf Abonnieren klicken. Damit verpasst du kein zukünftiges Video mehr von mir. So, am Start der Strecke sind schon mal die zahlreichen Wegpunkte gelöscht. Jetzt geht es dann auch noch am Ende der Strecke. Also die 7 ist bei Bad Tölz. Ab der 8 kann ich dann eigentlich alles löschen. Und auch das mache ich mal wieder hier. So, jetzt sind die Wegpunkte auf das benötigte Maß zusammengeschrumpft. Und jetzt heißt es hier den Start und das Ende genau anzupassen. Ich werde jetzt hier mal in Richtung Schliersee reinzoomen. Du hast gerade gemerkt, ich habe mit dem Mausrad versucht, da rein zu zoomen. Das passiert dann häufiger, dass das ein bisschen unkontrolliert ist. Deshalb hier lieber mal mit den Plus-Minus-Schaltflächen hier oben. Ich möchte am Bahnhof in Schliersee starten. Also ziehe den Punkt A hier mal grob in die Richtung und zoome mich dann hier rein. Und jetzt kann ich hier einen der Wegpunkte Highlights nutzen, indem ich sage, die A, aktiviere ich die Bahnhöfe und Bushaltestellen. Und dann habe ich hier Schliersee, den Bahnhof zur Tour hinzufügen. Und die A kann ich dann wieder lösen. Jetzt ist mein Startpunkt hier der POI Bahnhof. Ich gucke mir noch mal kurz dieses Stück jetzt hier an. Hier geht die blaue Linie, also neu berechnet und hier kommt die rote Linie. Das ist der eigentliche Weg, den der Bodensee-Königsee- Radweg geht. Hier ist er auch beschrieben. beschrieben. Das ist allerdings auch wieder eine Funktion von Komoot Premium. Wenn ich hier an der Seite die Fahrradkarte ausschalte und auf die normale Komoot-Karte umschalte, dann habe ich jetzt die Ansicht, die du auch hast, wenn du eben kein Premium-Nutzer bist. Jetzt geht das Ganze noch daran, den Zielpunkt zu verschieben. Da einfach auf Wegpunkt B klicken, bin schon in Bad Tölz. Hier ist der Bahnhof Bad Tölz und da kann ich jetzt den B einfach mal hier rüber ziehen und noch ein bisschen weiter mich rein zoomen auf hier auf den Bahnhofsvorplatz und jetzt wurde umgerechnet ziemlich weit weg vom Bodensee-Königsee-Radweg. Das gefällt mir nicht, darum ziehe ich jetzt einfach hier noch einen Punkt rüber direkt auf den Bodensee-Königsee-Radweg und habe hier dann nur noch ein kurzes Verbindungsstück und treffe hier im Bereich Bad Tölz noch den offiziellen Radweg. Jetzt habe ich die Strecke von Schliersee nach Bad Tölz mit meinem persönlichen Start und meinem persönlichen Ziel versehen. Ich könnte die Strecke jetzt noch komplett durchgehen, ob da keine Abweichung zwischen der blauen und der roten, also der original importierten Strecke ist. Was ich allerdings noch mal einfügen möchte, ist eine Mittagspause und die möchte ich hier unten am Tegernsee im Bräustüberl machen. Klick da einfach auf dieses Highlight drauf und sagt zur Tour hinzufügen und jetzt kontrolliere ich mal wie Komod mich denn dahin lotsen möchte. Hier geht es also vom offiziellen Radweg runter. Hier komme ich wieder drauf. Schaut schon mal ganz gut aus. Ein Trick den ich dir jetzt noch zeigen kann ist du kannst hier bei den Karten Layern auf die Open Cycle Map wechseln. Die ist also auch verfügbar wenn du nicht Premium Mitglied bist und da sind dann auch die ganzen Radwege deutlich markiert also du siehst hier den Bodensee Königssee Radweg hier ist noch ein Radweg und das wäre doch praktisch wenn man über diesen markierten Radweg fährt das heißt ich nehme hier wieder einen Wegpunkt ziehe den auf diese Strecke jetzt schaue ich mir das hier unten nochmal im Detail an wie er mich denn hier runter führt das schaut schon mal sehr gut aus und auch hier oben werde ich auf dem VBT das könnte der Via Bavarica Tyrolensis Weg sein hier ist allerdings eine komische Sache also er möchte mich jetzt hier über den Kreisverkehr führen anstatt auf dem Radweg zu bleiben auch das kann ich kurz mal korrigieren und ziehe hier noch einen Wegpunkt rüber auf diesen Radweg auch hier geht er wieder weg von dem Radweg allerdings ist das nur ein paralleler Radweg das ist mir jetzt hier in der Planung egal das sieht man dann vor Ort dass das dann schon passt und um wieder eine schönere Karte zu kriegen wechsle ich hier wieder auf die Komod Karte kann mir das Ganze nochmal anschauen hier ein bisschen komisch die 2 und wenn man sich die Strecke jetzt anschaut dann scheint es doch wirklich sehr gut zu passen ich zoome nochmal raus dass ich die komplette Strecke auf einen Blick sehe ich sehe jetzt noch hier die roten original importierten Strecken und meine Tagesetappe hier die verschiedenen Wegpunkte die kann ich mal zusammenklappen ich sehe dass es in guter Form was ein sehr realistischer Wert ist etwas über drei Stunden dauert 41 Kilometer Länge und ich kann hier sehr schön mir angucken auf welchen Straßen ich denn unterwegs sein werde und zum Schluss der Bearbeitung drücke ich hier oben auf Tour speichern gibt der ganzen Tour noch einen Namen ich habe das immer etwas gerne etwas kürzer damit man das später auch im Smartphone oder einem GPS Gerät einfacher erkennen kann damit liegt die Strecke jetzt fertig geplant in deinem Komoot Profil du kannst entweder ganz einfach die Strecke auf deinem Smartphone aufrufen und dich damit navigieren lassen oder du synkst mit Wahoo Sigma oder Garmin und fährst mit der Navigation am Lenker ich hoffe dieses Video hat dir ein bisschen weiter geholfen wenn dem so ist gib mir Daumen hoch und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video bis dahin ciao euer Matthias